Ich bitte dich, dieses uralte Video, was er vor sechs Jahren gemacht hat, also wenn du sagst, dass es nicht schlecht ist, dann hast du ehrlich, weiß ich nicht, wie viel du vom Boxen verstehst. Wir können das gerne noch mal kurz zusammen anschauen, ja. Ich fand das, ich hab das Video damals gesehen und ich fand das nicht wirklich beeindruckend jetzt. Ja, lass mal, lass mal loslegen. Wiegt der Typ 70 Kilo oder was? Ja, komm. Ich weiß ja nicht, wie viel dieser Typ hier gerade wiegt, ja. Der sieht aber auf jeden Fall nicht ansatzweise in seiner Gewichtsklasse aus. Ich weiß nicht, damals war es, glaube ich, Schwergewichtsmodik mit 100 irgendwas Kilogramm. Der Typ hat, keine Ahnung, ich würde behaupten, wenn überhaupt 80 Kilogramm, würde ich sagen, ja. Wir gehen weiter. Wieder mit der Führhand. Ich arbeite vor und dränge ihn so zurück. Ihr habt es gesehen, ich weiche hier den Schlag aus, treffe ihn nicht, aber fokussiere gleich wieder danach. Kinn war ein bisschen oben von mir, war nicht so korrekt. Aber dann geht es gleich weiter. Hier, der Blick. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich ein Profi ist, ja. Wenn der Typ ein Profi ist, weiß ich nicht. Ich arbeite immer mit der Schulter, bin flexibel und versuche mich immer zu bewegen, mit der Schulter hin und her. Hier, schön gesehen. Ich gehe mit der Schulter ans Kinn, könnt ihr jetzt direkt sehen. Schütze mich, pendel hin, pendel zurück, konter mit einem Haken vorne, mit der Führhand schon wieder. Ja, klar ist das jetzt, sieht das jetzt vielleicht ein bisschen besser aus, als das, was er bei den Dulatovs gemacht hat, ja. Es liegt halt aber auch einfach daran, dass der andere Typ hier ein 75, 80 Kilogramm Boxer ist. Äh, und bei den Dulatovs, die Jungs sind halt einfach bessere Boxer. Ganz einfach. Also ich meine, es liegt halt auch immer ein bisschen an den Sparringspartnern, ne, wie gut man ausschaut in einem Sparring. Der eine Sparringspartner kann nicht aussehen lassen wie ein Weltmeister, weil er selber vielleicht einfach nicht so gut ist oder sich extrem zurückhält, sich nicht traut zum Beispiel. Und der andere Sparringspartner lässt sich aussehen wie so einen absoluten Anfänger, weil er halt einfach gut ist und Druck aufbaut und sowas. Weißt du, das ist immer ein bisschen, muss man. Ja, es ist immer, muss man ein bisschen aufpassen, wie man das bewertet. Also ihr merkt sehr, sehr viel Beinarbeit und natürlich Headmovement. Man muss sehr agil und flexibel sein. Hier auch wieder aus. Aber der Junge ist leider auch wirklich nicht gut. Also ich weiß nicht, ob er Boxprofi ist, wirklich. Aber er ist wirklich selber einfach nicht so gut. Vielleicht ist er einfach nicht so gut oder er hat einfach viel zu viel Respekt oder was weiß ich was. Weil er boxt nicht vernünftig gerade. Und wie gesagt, Gewichtsklasse passt hier von vorne bis hinten nicht. Oder als Konter eben setzen kann. Wieder der Jab getroffen. Ja, ich dränge ihn schön zurück. Er weiß, er merkt, er kommt nicht richtig an mich ran. Schon die Doppeldeckung zugemacht und jetzt kommt der Konter. Und gleich hinterher. Gibt es hier auch einen anderen Typ, mit dem er Sparring macht oder ist es die ganze Zeit derselbe? Fokus. Ich gucke immer auf die Brust. Nicht ins Gesicht, sondern auf die Brust schauen vom Gegner. Ganz, ganz wichtig. Deckung wieder zu. Und wieder schön mit dem Jab rein. Papp. Der Junge frisst halt aber auch wirklich jede einzelne Hand. Da kann er den Kopfschutz auch gleich zu Hause lassen, wenn er wirklich gegen jede einzelne Hand reinrennen möchte. Schau mal. Ich blocke hier mal wieder die Hand. Defense absolut null. Keine Deckung der Typ. Ich bin offen, blockt trotzdem. Mein Fuß ist schon mal bereitgestellt, um den Haken zu treffen. Hand ist unten, aber von unten baller ich den Haken rein. Bam. Also, low guard hat auch viel mit dem guten Auge zu tun. Viel Bewegung und immer der Fokus. Ganz, ganz wichtig. Es geht weiter. Ich bin immer flexibel auf den Beinen. Schütze meinen Kopf, wenn es nötig ist. Ansonsten arbeite ich mit dem Head Movement, mit dem Footwork. Hier wieder der Jab, wieder das gleiche von unten. Papp. Schnell reingeschossen. Der Junge hat halt wirklich nicht ein bisschen Defense. Ich glaube, der hat es noch nicht geschafft, einen einzigen Schlag von Smolik da zu parieren, zu blocken oder auszuweichen. Der frisst wirklich jede einzelne Hand von dem gerade. Das ist ja unerhört. Hat der den Abend vorher gesoffen oder was, der Typ? Schau mal. Der frisst gleich die nächste Hand wieder. Schau mal. Bam, bam. Digga, was ist das? Was ist das? What the fuck? Profi. Ja, okay. Hier wieder mit dem Jab gekontert. Uppercut versucht immer schön... Also wie kann man... Nee, also das ist wirklich... Ich finde es gerade... Das, was Smolik macht in dem Video, ist ganz okay alles. Brauche ich nicht irgendwie großartig drüber zu reden. Ist nicht schlecht. Was mich halt wirklich wundert, ist der Junge. Also ich weiß nicht, der... Ich hätte gerne eine andere Spyingseinheit vielleicht noch gesehen. Vielleicht wäre da noch jemand anderes, der ihm ein bisschen mehr Gegendruck geben kann. Weil der Typ, der ist einfach nur ein... Das ist einfach nur ein laufender Sandsack die ganze Zeit. Der hat, glaube ich, noch nicht einen einzigen Treffer wirklich selber ausgeteilt. Und kassiert wirklich jede einzelne Hand. Und die Führhand, ihr merkt es. Die Führhand, lasst sich hin. Der hat schon so viele Treffer kassiert, dass sein Kopfschutz sich schon verabschiedet gerade. Sein Kopfschutz hier. Merkt, ich spiele immer schön vorne. Immer mit der rechten... Ja, der hat einfach zu viel Angst, der hat zu viel Respekt, das ist das Problem. Mit der linken natürlich. Hier wieder Jab Punch. Immer die gleiche Taktik, immer das gleiche Schema. Wieder der Jab, wieder hinterher in kein Raum. Ja, wie gesagt, das, was man da jetzt von Smolik sieht, ist gar nicht mal so schlecht, sage ich mal so. Das Problem ist, es ist halt nur schwer, das zu bewerten, weil der andere Typ gefühlt 20, 25 Kilogramm wahrscheinlich leichter ist als er. So ein Sparring zu bewerten, ist schwierig. Also ich kann mich jetzt natürlich auch hinstellen, gegen einen Typen, der 60 Kilo hat und den Windel weich prügeln. Ja, weil der halt einfach nicht ansatzweise irgendwo in meiner Gewichtsklasse ist. Schwierig, das ist, ja, wie gesagt, schwierig. Kann man nicht vernünftig bewerten. Ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht jemand anderes mit ihm das Sprengen gemacht hätte, der irgendwie halbwegs in seiner Gewichtsklasse ist. Oder wenigstens ein bisschen mal Gegendruck gibt und so. Wisst ihr, was ich meine? Da war echt nicht so viel... Der hat auch nicht wirklich viel gearbeitet. Also auch dafür, ich kenne andere Boxer, die sind auch so 75 Kilogramm und so, die bewegen sich so gut, da hätte Smolik zum Beispiel keine einzige Hand getroffen. Also der Junge hat sich weder gut bewegt, noch irgendwie selber richtig gut reingebrettert oder so. Also der hat irgendwie nichts vernünftig selber gemacht. Dadurch hat er halt Smolik einfach komplett freie Hand gelassen und der konnte einfach machen, was er möchte in diesem Sparring, ja.